Wo war ich gerade? Ach ja, auf dem Weg irgendwohin. Dahin. Das kann ja nur schief gehen. Da sage ich nicht nein zu den 10.000. Es gibt keine Wahl. Wir sollten hier sicher sein. Ich habe niemanden, um uns so weit zu schiefen. Nicht eine Hand zu dem Boss. Wie stef? Wollen Sie schnell? Wer sind Sie? Oh, I'm not alone. Best. Boss! Is that you? Darius? Wait, I know you. Well, if it isn't Tharion... I never thought I'd see you again, at least of all here. Likewise. I'd had rumors of another tea leaf after the Dragonstones. I never thought it'd be you. I'm amazed you're still kicking. I see you've found yourself some new partners in crime. I wouldn't call them partners. They work for me. So, how has life been without me? Must be exciting, if that fool's bangle is any indication. Could that be why you're after the Dragonstones? Hmm... You've gotten sloppy, mate. Stealing used to be your only talent. It's the reason I kept you around for so long. Heh, thank you. Enough, Darius. I guess you're right. There's really no point in reminiscing. He's all yours, boys. Leave him to us, boss. You ready for this? You really wanna do this? My turn. Stop! Stop! Don't start things you can't finish. Are you ready to die? Heul doch. Warum Darius? Ganz einfach. Bestimmt erinnerst du dich daran, wie wir die Icyanons gedelmütigt haben, oder? Yes. Natürlich erinnere ich mich daran. Gut. Deine Warnung, sie würden sich irgendwann rächen, hat sich bestätigt. Genau gesagt, flanken sie einen Gefallen von mir. Im Gegenzug versprachen sie mir einen hübschen, hochrangigen Platz in ihrer Mitte. Deshalb musst du sterben. Sie wollen es so und ich will es auch. What? Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es muss da noch so kommen, Kumpel. Schon dein Andeck macht mich ganz krank. Du hattest so viel Talent. Ich bin nie einem anderen begegnet, der so gut war wie du. Als wir uns trafen, war mir sofort klar, dass ich dich brauchen würde und du warst mit wenigen Worten so einfach zu manipulieren. Doch dann begannst du an mir zu zweifeln, mich zu hinterfragen. Kassys? Warum kattest du nicht dein Naivling bleiben? Alles wäre so gut gewesen, hättest du einfach auf mich gehört. Aber du wolltest unbedingt beweisen, dass du besser bist, nicht wahr? Sagtest du mir, dass ich etwas auf diese oder jene Art tun sollte? Tja, ich hatte die Nase voll. Und du glaubst, mich zu töten ist die Lösung? Das freut. Natürlich ist es das. Bist du nicht mehr da, kann ich alles auf meine Weise tun. Partner. Das scheint etwas übertrieben, meinst du nicht? Freund? Shut up! Nenn mich nicht Freund! Wir sind nicht ebenbürtig. Für mich bist du nichts weiter als eine Trittleiter. Du bist weniger wert als der Dreck unter meinen Füßen und ich werde es beweisen. Ade, Therion. War schön, dich gekannt zu haben. Nicht der richtige Zeitpunkt, um sentimental zu werden. Es sollte besser Darius folgen. Was? Ah, äh, Therion? So heiße ich. Stimmt irgendwas nicht? Nein. Zumindest nichts, was euch kümmern müsste. Prämina hat sich nur so ungewohnt verfinstert. Scheinbar interessiert euch mein Gesichtsausdruck sehr. Ist der so faszinierend? Eure Gesicht und mein Interesse sind dicht von Belangen. Ihr seid nur schlecht gelaunt und ich will wissen warum. Tut mir leid, ich wollte nicht neunjährig sein. Schon gut. Aber wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Immer entsteht euch ein finsterer Blick noch weniger als mir. Nur in diesem Fall werde ich nichts mehr sagen. Gut. Das ist nicht wirklich wichtig. Und ganz allein mein Problem. Es war ja schon fast ein halber Flirt. Ich bin stolz auf dich. Dieser Typ, ey. Wir erwarten sich, uns wieder in den Leer zu stellen. Schon wieder hier. Verpisst euch. Nie im Leben. Willst du einen Tangle, oder? Willst du einen Tangle, oder? Ich bin so. Achst. 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 Alles kaputt. Achst. Achst. Oh, was? Bring the belt! Bring the belt! Bring the belt! And it's going on! Schneestrug her! Wie ist er denn noch da? Aber nicht mehr lange. A tempest of ice shall rain! Not bad. I'm passing. Yeah, our mind is aufgestiegen. Larius ist hier durchgekommen. Ich muss eine schnellere Route finden, um ihm den Weg abzuschneiden. Was denn jetzt ernsthaft? Kann ich hier lang? Ich kann hier nicht lang. Gut. Dann gehe ich halt doch da lang, wo ich sowieso lang gehen wollte. Wir haben, was wir wollten, Gareth. Jetzt wird es Zeit, dass sie verschwinden. Ja, Sir. Ja, ja, ja. Der Ausgang ist hier. Du bestimmst den Weg. Entstanden. Frag mal her. Also dieser Mann, Therion, war das... Dich interessiert meine Vergangenheit, wie ich sehe. Bist du sicher, dass du sie kennen möchtest? Nur nicht. Ich... Was ist das? Überlege gut, Gareth. Die falsche Antwort wird dich dein Leben kosten. Ähm... Es tut mir leid, Sir. Es steht mir nicht zu, neugierig zu sein. Tja. Ich verstehe nicht, warum es dich glücklich macht, von solch rückgratelosen Idioten entgegen zu sein, Darius. Aber das macht es natürlich leichter, dir den Drachenstein abzunehmen. Immerhin etwas. Ha ha ha, du wirst dieses Ding nicht fühlen. Na vorbei, das kann ich nicht. Los Leute, alle auf Alfmalt! BAM! Spearow! Hora! Out of my way! Smokische Guy! Freie! Hey! Sie sagten, dass sie mich abziehen müssen. Well, dann. Bringt euch das Mirakel von Hilfe! Hier geht's! Gehen, gehen, gehen! Gehen, gehen! Ich find's toll, weißt du, so Alfmant ist im Prinzip nur halb so viele Level wie alle anderen, aber trotzdem die meisten Gesundheitspunkte. Ah, warum... Fah! Go, go, go! Ein Tempel des Eisbaus rießen! Oh nein... Oh, lebe dein Leben! Ich hoffe, ich habe mehr erfüllt. Es gibt keine Wahl! Nein. Mein Turnier jetzt! Ja.